Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Little Fallout 4. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Plains Kaninchen und Twilight und ich, oder Twilight und Bloody Hooves, je nachdem wie ihr immer das sehen möchtet, sind jetzt wieder in Good Neighbor. Beim letzten Mal hatten wir uns ja Ponyville angeguckt, wie Ponyville sich entwickelt hat, Ponyville 2277. Und jetzt wird es wieder ein bisschen Zeit uns der Story zu widmen. Deswegen sind wir wieder in Good Neighbor, wo wir beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal, zuschauen konnten, wie jemand vor unseren Augen erstochen wurde. Oh Gott, schau auf, wenn es da Puppen wurde. Wie bitte? Da ist, glaube ich, gerade Spaß. Oh Gott, ich verpasse Spaß. Ich verpasse Spaß. Twilight, das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonner schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Wir nicht. Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat in Good Neighbor das Sagen? Hancock! Ausgefreut für das Weltkast. Hancock weiß, was zu tun ist. Wie immer. Okay. Yay. Für Good Neighbor. Yay. Die Angst vor dem Institut ist riesig. Ich weiß nicht. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wir folgen jemand heimlich. Was macht Twilight? Die geht alleine weg? Warum? Was? Entschuldigung, Piper Wright. Public Occurrences. Wer hat in Good Neighbor heutzutage wirklich das Sagen? Wer ist der Boss in dieser zwielichtigen Zuflucht? Du schaust es dir gerade an. Aber ich verkauf dir einen Anteil. 100 Kronen. Nein, 50. 10? Ja, danke. Aber ich verzichte lieber. Wie cool. Die stehlerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Das finde ich richtig gut. Das ist so, das finde ich fantastisch, dass sie diesen, diesen, ihren Charakter als Reporterin dabei behalten, dass sie auch gerne einfach losgeht und in solchen neuen Gebieten Leute befragt. Das finde ich fantastisch. Du musst da ein paar schwere Sachen über die Barriere werfen. Wie cool. Kann ich mit den Leuten hier reden? Gamma? Komm, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Ach, weißt du, ich werde dann vielleicht doch nicht alles Gamma hier? Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Ey. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Hey. Warst du das, die da gestern Nacht aus dem Kurt Ray gehört ist? Nein, ich gehe jetzt. Ihr seid mir alle zu komisch. Ihr redet alles Wirreszeug. Ich gehe. Wir haben die Aufgabe, in die Gedanken eines Toten zu gehen. Und das tun wir jetzt mal. Und zwar hier. Was ich aber noch sagen wollte, bevor Twilight mich mit ihrer Reporter, mit ihrem Reporter-Tum unterbrochen hat. Oh, Ponyville. Ist, dass ich es ein bisschen skurril finde oder ein bisschen fragwürdig finde, dass sie diese enorme Druck, diesen enormen Druck aufbauen. Dieses, ja, wenn sich irgendjemand nur halbwegs komisch verhält. Oder anders als sonst. Also dieses, du musst dich der Norm, deiner Norm entsprechend verhalten. Sonst, wenn du nicht, wenn du ein bisschen von dir abweichst. Jeder, wir wissen wie das ist. Jeder hat mal einen schlechten Tag zum Beispiel. Wirst du sofort als Synth erschossen. Nur weil du vielleicht gerade mal einen Tag lang keinen Bock auf andere hast. Naja. Naja. Vielleicht wollen die Synths genau das. Wer weiß. Hey. Stimmt, du wolltest uns hier ja treffen. Was ist das hier? Warum? Lass mich erst mal mich umgucken. Okay. Kann ich da rein? Bam. Tür vom Kopf. Ich will nichts klauen, auf keinen Fall, aber ich will mich umgucken. Vielleicht sind hier irgendwelche wichtigen Dinge, die man sehen, wissen, mitbekommen sollte. Alter. Klauen würde sich hier aber echt lohnen. Aluminiumkanister, provisorische Batterien. Also hier ist richtig viel Stuff. Nein. Wieso? Good neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Entfliehen? Wie meinst du das? Äh, ich habe die Serie nie gehört. Was kannst du mir über Shroud erzählen? Er ist aus dem Radiohörspiel. Ich habe alle 419 Folgen gehört. Und auch das Weihnachtsspecial. Er ist der Beste. Besser als Gorknag und Mentaman zusammen. Jeder ist besser als Mentaman. Keine Ahnung. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Du würdest dich an ihn erinnern. Das sind die besten Detektivgeschichten, die es gibt. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Äh, klar. Was für ein Plan. Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Ähm... Ja, klar. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Nö, das finde ich eine gute Idee. Ich meine, wir sind ja eh dabei, Gutes zu tun. Und wenn die Leute irgendwie einen... ...einen Helden haben, an den sie glauben, der... ...das Böse bekämpft... ...der Silver Shroud klingt ein bisschen mit schwarzem Anzug und ein Detektiv klingt so ein bisschen nach dem Oldschool-Batman, finde ich. ...dann ist das gut für die Moral und vielleicht auch für die Bösen nicht schlecht, die dann denken so... ...oh, vielleicht ist da irgendwo im Dunkeln der Silver Shroud, der denn... ...Vorsicht. Der Comic-Laden liegt in einer ziemlich üblen Gegend. Okay. Der uns dann plötzlich angreift, wenn wir Böses tun. Also das hat doch so einen abschreckenden Effekt. Deswegen möchte ich dir auf jeden Fall helfen. Wir wollen ja eh Gutes tun. Und ein bisschen Moral kann, glaube ich, nie schaden. Was ist hier? Okay. Können wir mit... Müssen wir mit dir reden? Wir müssen nach da unten? Wer bist du denn eigentlich? Zu Amari. Sie ist unten. Hey, hör mal. Was ihr auch vorhabt. Ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt. Okay? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Doch, ich habe eine grobe Ahnung. Wir wissen ja, es geht darum, dass wir in die Erinnerung des Toten eindringen. Was erst mal schon gruselig genug klingt. Hey, Nick. Es geht nach oben. Nick, warte. Nick, warte mal. Es geht nach oben. Hier ist auch noch ein Oben. Nick. Kann ich da... Oh, das ist versperrt. Einsteiger. Ich würde aber schon gerne mal reinschauen. Ich bin ja schon ein bisschen neugierig. What the fuck? Was lag denn da bitte alles drinne? Fass mal Kartuschen. Meine Güte. Aber na gut. Wir brechen nicht ein. Nick, ich komme. Ich bin dabei. Los geht's. Gehst du eigentlich in Erinnerung oder gehe ich in die Erinnerungen? Doktor Amari? Ja? Warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Doch. Ähm. Das ist nicht Stehlen. Auch wenn es kurz danach aufblinkt, dass es als Stehlen ist, ist es erstmal kein Stehlen, lustigerweise. Das habe ich nicht mitbekommen. Wie bitte? W-w-was? Was? Ja? Oh, sorry. Ähm. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, Doktor. Ich brauche die Erinnerung eines Mannes namens Kellogg. Doch er ist tot. Ich bitte dich gewiss um ein Wunder, Amari. Aber du hast keine Hilfe. Du hast bereits Unmögliches geschafft. Seid ihr beide verrückt? Ja. Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schenden soll. Ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Ähm. Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Und wie viel Gehirn brauchst du denn? Wie viel von dem Gehirn brauchst du genau? Keine ermutigende Frage. Ich muss nur mit dem zurechtkommen, was du finden kannst. Ich finde noch diese Formulierung ganz cool. Also diese, nicht Formulierung, die Intonation ganz cool. Wie viel von dem Gehirn brauchst du genau? Ja, bitte. 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 Könntest du das wie Dr. Frankenstein sagen? Hol mir das Gehirn, Igor. Nein, kann ich nicht. Schade. Hast du es? Sorry. Sorry. Ja, hier bitte. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Wann kommt der schöne Teil? Wann kommt der schöne Teil? Wir schließen das Gehirnimplantat an Mr. Valentine an, wenn er die Risiken eingehen will. Warum nicht? In meinem Kopf ist noch genug Platz. Ähm... 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 Nein! Nein! Meinst du wirklich, dass es funktioniert, Nick? Keine Ahnung. Aber wir suchen nach einem verschwundenen Kind. Das ist das Risiko wert. Das stimmt. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Aber jetzt hat Nick immerhin mal ein echte... Gehörn in sich. Keine Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele... Blitze... Rauschen... Das... Das ergibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Wie bitte? Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Okay. Und jetzt? Sag mir, dass du eine Lösung hast. Wird Nick das überstehen? Erstmal lass es. Wird Nick das überstehen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Und was ist, wenn wir es nicht tun oder wenn wir einfach drei Leute... Nein, okay. Ähm... Nick und ich in einem einzigen Geist. Okay, legen wir los. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Ich hab keine... Ich hab keine Daumen! Ich kann keine Daumen drücken! Oh mein Gott! Was ist jetzt? Jetzt haben wir verloren. Uh, Funktion. Jetzt haben wir gewonnen. Wir haben Funktionen gewonnen. Ähm, Twilight? Twilight? Ich mag es, wie du da sitzt. Ähm... Wir sehen uns später, Twilight. Oh, oh, oh! Verdammt nochmal, ja! Jawoll! Grogner der Barbar! Bitte! Ich hätte mir doch nur auch Näsestoff mitgenommen. Kriege mit Köpfchen. Twilight, du kannst gerne... Twilight, gerne, warte hier. Hey. Du bist ja jetzt eh ein bisschen hier und musst warten. Äh, ich habe... Was haben wir denn? Wir hätten... Das ist ein Spiel, das kannst du... Warte mal, doch, ich kann... Das Spiel... Du hast kein... Du hast kein... Ähm... Keinen... Pip-Boy dabei. Warte mal, wo haben wir denn... Ich habe doch Bücher. Ich habe die Robco Fun, die kannst du gerne haben. Ich habe die hier, die kannst du gerne haben. Das kannst du gerne lesen, wenn du möchtest. Und den kannst du gerne lesen, falls du möchtest. Dann hast du ein bisschen was zu lesen, solange wir hier unterwegs sind. In den Erinnerungen von... Gibt es denn zu tun? Dem Typen, von dem Toten. Und, äh... Du kannst ja leider nicht mit, was ich ein bisschen schade finde. Warum auch immer. Aber hier stehen halt einfach nur zwei von diesen Memo-Kapseln. Ab in die Erinnerung eines Toten. In dem Kopf eines Roboters. Hey, Twilight. Na? Warum ist da ein Monitor? Wenn wir per Gedanken dort reingebracht werden... Unsere Gedanken werden ja... Ne? Jetzt wird ja auf unsere Gedanken zugegriffen. Warum brauchen wir einen Monitor da? Der macht keinen Sinn. Das passiert doch nur jetzt in unserem Kopf. Hörst du mich? Ach, gut. Die Simulation scheint zu klappen. Obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Denn hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Yay, Neuronen. Muss ich auf den... Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Cool. Ich laufe auf Neuronen. Die mit... Alter, das gefällt mir. Vor allen Dingen, es sieht richtig gut gemacht aus. Man sieht hier schön die Axone, die hier lang gehen. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erst mal etwas seltsamer an. Ja, ja, lass mich doch erst mal ganz kurz ein bisschen Neurophysiologie erklären. Also, man sieht hier die Axone und dann die Synapsen, die an die anderen Neuronen... Äh, Neuronen, Axone. Axone mit den... Mit den Synapsen, die dann da dran gehen. Und die sind alle miteinander verknüpft. Und dann sind riesige Neuronen mit... Aber die Axone sind ein bisschen kurz. Aber gut, das ist vielleicht im Gehirn, da ist das nochmal. Hey! Mach das scheiß Radio leiser! Ich will schlafen! Wie? Ey, nochmal abrufen? Mom? Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Also okay, das ist Kellogg? Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gerne und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. RNK? Wer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher. Wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schicke dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel gestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Was? Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, ist nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer, mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Kann ich aber die Grognax mitnehmen? Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Also der Junge hat auf jeden Fall nicht gerade tolle Kindheit. Dad war scheiße, Mom hat ihm sofort... Oh mein Gott, ich sterbe. Was passiert, wenn ich hier runter... Ich will hier nicht runterfallen. Ich will nicht in die Erinnerungen, in die endlosen Nicht-Erinnerungen fallen. Sarah? Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Das Baby. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber ist wirklich Glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unrichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt, mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Du bezahlst sie auch. In der R&K gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie würden ziemlich... Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe. Dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe. Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Dann muss ich nur dumm umstehen, ob böse guckt. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu. Es wird bestimmt schön hier. Hier. Damit werde ich dich und Mary beschützen. Na, die habe ich jetzt. Besprochen. Die Knarre hat jetzt Twilight. Ich bin Connie. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut. Ich nehme sie. Oh Gott, ich hasse dieses Greywashing. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Oh, ich hasse dieses Greywashing. Jetzt wird er dargestellt als der arme Junge aus der Vorstadt, der keine andere Wahl hatte. Und der aber trotzdem einfach nur Gutes wollte. Und hier ein Kind hatte. Und das alles schief gelaufen ist. Hast du nicht gesehen? Oh, ich mag dieses Greywashing. Ich... Da bin ich echt... Hör, hör, hör. Ich mag lieber wirklich plain böse Charaktere. Die finde ich viel toller als dieses Greywashing. Na gut. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch schicken? Und wir würden einfach stillhalten. Na, na, nicht solche Worte. Hallo, hier können... Nur, dass du weißt, sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Dankeschön. Können wir bitte mal zu den Erinnerungen kommen, die mich wirklich interessieren und nicht zu seiner sehr traurigen Hintergrundgeschichte, die ich nicht wissen möchte? Ja, seine Familie, seine junge Familie ist getötet worden von anderen. Deswegen wurde er böse. Der arme Bubel. Man muss ihn einfach nur fest genug knuddeln. Ah, ich hab ihn fest genug knuddelt. Mit dem Gewehr ins Gesicht. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Es gab immer jemanden, den ein anderer Tod sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber... Meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich hab mein Geld immer bekommen. So oder so. Also. Du kümmerst dich um die Probleme anderer. Stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist. Ja? Wenn euch das Liebe ist? Wen wollt ihr denn tot sehen? Also. Es geht um Folgendes. Da ist diese Familie. Ein Stück den Fluss runter. Gut. Wir kommen der Sache wohl näher. Was? Versuch mal diese hier. Wieso kommen wir der Sache näher? Wo? Meine Güte. Meine Güte. Wo kommen wir denn der Sache bitte gerade näher? Ich habe eher das Gefühl, dass wir uns in irgendwelchen Erinnerungen verlieren. Herr Keller, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treten. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen. Und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Und ich war nicht so dumm, dass ich mich mit mir treten kann. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Treffen wir. Sie arbeiten also für das Institut. Und ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es Sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lager nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. Okay, er ist beim Institut. Jetzt können wir dem wirklich hin. Jetzt geht das Hirn aus, ernsthaft, wie eklig. Der Anzug oder dieser Kittel von dem Institut, der sieht ja wirklich ordentlich sauber aus. Das ist ja das, was wir über das Institut auch vermuten. Das sind die einfach wirklich vernünftige... Ach, guck mal, das kennen wir. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn Sie etwas brauchten, dann kamen Sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Loks. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Das ist er. Da. Mach sie auf. Wie cool. Das sind wirklich wir. Die anderen haben alle aufgeweckt. Deswegen sind die alle gestorben, weil die alle aufgeweckt wurden. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an Sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Pony. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Es ist vorbei. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Wache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Instituts Arschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blöd ist. Er weiß... Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Wow. Der Typ ist echt gut. Sind wir okay? Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Uns. Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. 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 Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Schock nicht. Verdammt. Hol den Jungen daraus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Wir waren halt wirklich geplant als Ersatz, ne? Das ist ganz lustig. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay. Alles in Ordnung. Ich, äh, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Ja, naja. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Wofür waren wir der Ersatz? Also, ich meine, das ist ein Kind. Ein kleines Kind und wir sind der Ersatz? Ich wusste gar nicht, dass ich wirklich zu allem was bekommen kann an Informationen. Hier macht das aber das erste Mal wirklich Sinn. Oh. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut. Ja. Frisch. Piper. Toilet. Die ganze Sache in Diamonds City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat, noch ein ungelöstes Problem weniger. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamonds City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Das Gute ist, dass Sean dementsprechend es wenigstens halbwegs gut hatte. Die neuen Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Pony. Sie waren immer auf meiner Seite. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet. Wird immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Berger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow. Darf ich jetzt ein paar Köpfe rein. Vorher? Gefangenen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminier. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Junge wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. X688. Bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Was? Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hole dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du so weit bist. What the? F? Okay. Wir verlassen das einfach schon mal wieder. Oder? Warte mal, wir bleiben. Ah doch, wir verlassen das. Bescheiden! Bescheiden! Bin ich gesund? Siehst du etwas, äh, Schlechtes? Nein, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wonach ich suche. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber deine neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Nein. Du warst doch dabei. Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Okay. Okay. Also es gibt mehrere Dinge. Zum einen, der Mann hat der Familie ruiniert und ich habe ihn getötet. Das ist mir wurscht. Ähm, Virgil. Das könnte ganz interessant sein. Dann ist die Frage, ob er ihn wirklich getötet hat. Und, ähm, das mit der Teleportation. Ha. Und Sean ist auf jeden Fall noch am Leben. Ja. Es ist noch alles in Ordnung, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Tschüss. within. Tschüss. Tschüss.